Boah, geil. Nein! Nein! Das ist auf! Boah, die hab ich beide. Ist das Scharfschützennetz letztendlich mal weg? Ich will hier gar nicht sein, Alter. Wo kommt der denn her? Boah. Ja, Mann. Ich wusste doch, da kommen noch ein paar mehr. Hier! Ne, so nicht, mein Freund. Hallöchen! Heute mal wieder ein paar Runden Black Ops 4 tatsächlich und ich dachte mir, ich packe heute mal eine Waffe aus, die damals wirklich jeder gehasst hat, nämlich die Titan und ja, man kennt's noch von früher, ne, die war ziemlich OP, würde ich mal sagen und ich will mal schauen, wie die heute sich so spielt, ob die heute immer noch so schlimm ist und da das Spiel ja nicht mehr aktuell ist, kann mich ja eigentlich deswegen jetzt auch keiner volllabern. Würde ich mich noch über ein Abo freuen, dann geht's direkt los. So, da sind wir dann noch schon. Nice! Und ich gehe direkt wieder raus. Ne, sorry, aber wenn man nachjoint und die Gegner wirklich jedes Streak oben haben, ne, da bleibe ich nicht drinne. So, jetzt sind wir hier. Hier bleibe ich jetzt drinne. Ist auch gleich vorbei, die Runde. Geil! Ja, hier ist das gute Stück auf jeden Fall. Ich weiß noch, früher hat die echt jeder gehasst, ne? Da wurde es ja direkt vollgelabert, wenn du die rausgeholt hast, aber heutzutage ist das doch scheißegal. Hallöchen, dann habe ich Hallöchen! Und ja, was soll ich sagen, Black Ops 4... Boah, ich habe keinen Aim. Äh, macht tatsächlich immer noch übel Spaß und das kann man sich echt wunderbar gut geben. Jeden Tag zu jeder Zeit absolut spielbar. Du brauchst dich den ganzen Bums, Bums, der sonst sich Call of Duty schimpft, echt nicht mehr geben. Muss man nicht. Boah, da konnte ich gerade nicht gut reagieren, weil meine Nase gejuckt hat. Schön. Hab ich? Oh, da sind noch mehr. Nein! Oh, Waffe ist leer! Oh, ich lade sonst immer unnötig nach, ne? Oh, ja. Mach schneller! Nein! Oh, geht doch schon mal gut los, auf jeden Fall. Ja, toll. Konnte meine Streaks gar nicht drücken. Egal. Boah, geil. Nein! Nein! Alles ob! Alles ob! Nein! Ah, da war der Stacheldraht! Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt wie ich, aber ich saufe extrem viel Energy drink, ne? Habt mir jetzt gerade fürs Wochenende, damit ich ein bisschen mehr habe, eine Flasche geholt. Oh, weg! Und auch wenn ich eine Flasche habe, fülle ich diese trotzdem in Dosen ab, weil das Dosen trinken geiler ist. Ich weiß nicht, fühlt das jemand? Ich fühle das. Ach, da warst du, huch! Wollte ich euch mal mitteilen. Da war der... Boah, es ist knapp, Mann. Hab ich? Nein! Oh, Mann! Ah! Warum spielt man so? Guck mal, er ist da immer noch... Das ist doch traurig. Das ist doch einfach nur traurig. Durch den. Boah, er hat sich schon ein paar Meter vorgetraut, Alter. Ich bin ja richtig stolz auf dich. Mann, jetzt komm doch endlich mal vor, ey. Ey! Wenn ich das alles immer nicht rausschneiden würde, sondern drinnen lassen würde, dann würdet ihr euch auch an den Kopf fassen, Alter. Aber wie spielen die? Weg damit. Ja, Wildbang geht auch nicht so gut. Hab ich. Endlich ein Kill. Ah! Drohne! Oh Gott! Da! Äh, von beiden Seiten. Ich hab echt keine hohen Ansprecher in meinen Videos. Hatte ich noch nie, ne? Aber ich will wenigstens Streaks schaffen. Ein, zwei, vielleicht dreimal Streaks schaffen. Das ist doch schön. Mehr will ich doch gar nicht. Aber schaff ich einfach nicht. Und das ist ja die Kill. Jo, die hab ich beide. Und jetzt sterb ich wieder. Ne, doch nicht. Noch nicht. Nicht doch nicht, sondern noch nicht. Ja, schade. Mann. Den hab ich auch. Muss man nachladen langsam. Ja, die haben ein Scharfschützenest oben. Jetzt kann ich hier nicht mehr raus. Ach, da bist du. Oh, wenn ich jetzt rausgehe, sterbe ich. Ja, mehr wollte ich doch gar nicht. Jetzt kann ich auch sterben. Jetzt ist mir das egal. Den hab ich. Ey, zeigt euch Gegner. Nice. Okay, ich hatte ja genauso Schiss vor dem Heli, ne? Ich brauch mich hier gar nicht melden. Wo spawnen sie denn? Und hab ich? Ah, Streaks knallen schon ordentlich rein. So soll das sein. Hab ich auch. Boah. Nein, wie denn? Och Mann. Ich wollte nur kurz nachladen. Ja, die haben wieder ein Scharfschützenest oben. Ich muss ja vorsichtig sein. Ey, schade. Genau. Komm mal an dein Fenster. Boah, die hab ich beide. Ist das Scharfschützenest letztendlich mal weg? Ich will hier gar nicht sein, Alter. Wo kommt der denn hier? Schade. Juhu, wieder ein Kill. Mal raus da. Den hab ich. Mal spawnwechsel. Anscheinend nicht. Ne, irgendwie wirklich nicht, hä? Versteh ich jetzt nicht. Geh weg. Ah, ich bin mal wieder an dem Punkt angekommen, wo ich nicht checke, von wo die Gegner kommen. Ich check's grad wirklich nicht. Und Bluetooth-Rinsteach. Ja, jetzt hab ich hier nochmal meine Streaks. Kann sie A nicht machen und B ist das Spiel vorbei. Schade. Jo, eine gute Runde hätte ich da gerne noch, ne? Wenn wir dran denken, Zonen einnehmen, ganz wichtig. Ey. Der macht die übelste Welle. Boah. Ja, Mann, ich wusste doch, da kommen noch ein paar mehr. Als übrigens mittlerweile halb sechs frühs und ich kann nicht so laut sein. Ach so, nicht schlimm, oder? Mann, ich trau mich da immer nicht lang. Da ist der, alles klar. Boah. Alter, es leckt. Hab die Steps gehört, lol. Hab ich auch. Perfekt. Ich werde eh gleich wieder so richtig dumm unnötig sterben, ey. Nein, ich sag es gerade noch gesagt. Ich werde unnötig sterben. Hab ich. Da brauchst du doch nicht rumscaffen, Junge. Bringt dir gar nichts. Hab ich auch. Oh, oh. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich lebe. Ich lebe immer noch. Oh Gott. Ja, rauchgeil. Mann, man sieht doch nichts mehr. Oh, ich hasse Rauchgranaten. So extrem. Hier. Ne. So nicht, mein Freund. Du hast komm vor, du hast mich doch gesehen. Was machst du jetzt da? Ah. Den nicht. Boah, es leckt. Warum leckt es? Hab ich. Aber ganz knapp. Nehm ich mit. Ah, den hab ich. Nice, sehr schön. Jo, mein Kill. Perfekt. Halbzeit schon. 17,2. Ja, 17,2 sieht zwar gut aus, auf dem Papier so, ne. Aber gerissen hab ich trotzdem nichts. Gucken wir uns mal kurzes Fazit zwischendurch. Die Waffe ist stark. Weitschüsse dominiert die extrem. Aber ich würd viel lieber ne Maschinenpistole nehmen oder so. Im Nahkampf ist die absolut scheiße. Aber halt halt ne LMG so an sich, ne. Ich renne in mein Tod. Ich hab ich. Achso, ich war ja schon kurz vor den Streaks. Hier, da kann man. Oh, da kann man hier aufpassen. Wollte ich. Ja, jetzt verbrenne ich. Kommt bestimmt gleich die Hacker, Alter, oder so. Ich seh das schon kommen. Hab ich. Oh, da war noch einer. Hab ich nicht gesehen. Wow, Mann. Mattis. Ich find ihn cool. Ey, lass den in Ruhe. Ja, Scharfschützen lässt es runter. Cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Allgemein im ganzen Video überhaupt gar nicht gelohnt, die Streaks hier. Ja, Mattis ist jetzt auch kaputt. Naja, ist halt halt so. Wo kam er denn her? Hab ich auch. Ach, und er kämpft mich weg. Hab ich. Sehr schön. Ich ging schon mal erwähnt, dass ich die Tarnung voll geil fände. Boah, lauf nicht weg. Was haben die Scharfschützen lässt? Ja, alles klar. Was wollen die denn hier bei A? Hab ich. Na komm, eine hoffentlich entspannte Nuketown-Runde hänge ich noch ran und dann war's das. Jo, nice. Sogar noch eine frische Runde. Schön. Da hab ich jetzt auch endlich mal einen. Einen Thrasher haben die schon. Einen Thrasher oder was auch immer. Naja, gut. Haut da rein und tschüss.